Im Herzen Norddeutschlands liegt eine Stadt, deren Name eng mit Seefahrt, Handel und einer reichen Geschichte verbunden ist. Freie Hansestadt Bremen, wie ihr voller Name lautet, ist eine Stadt, die es geschafft hat, sich in der rauen Welt des Mittelalters zu behaupten und zu einem wichtigen Akteur auf der europäischen Bühne zu werden. Die ersten Erwähnungen Bremens stammen aus dem 8. Jahrhundert. Damals war dieses Gebiet eher eine ruhige Siedlung an der Weser. Mit der Entwicklung des Handels und der Seeschifffahrt begann sich Bremen jedoch zu verändern. Im 11. Jahrhundert wurde es zum Bistum und seine strategische Lage an den Handelswegen brachte ihm einen erheblichen Aufschwung. Ein Wendepunkt war der Beitritt Bremens zur Hanse, einem mächtigen Bund norddeutscher Städte, der den Handel in der Ostsee und der Nordsee beherrschte. Dank der Mitgliedschaft in der Hanse wurde Bremen zu einem wichtigen Handelszentrum. Seine Schiffe durchkreuzten die Meere und brachten verschiedenste Waren in die Stadt von Pelzen und Getreide bis hin zu exotischen Gewürzen. Der Reichtum, den Bremen durch den Handel erwarb, spiegelte sich in seinem Aussehen wieder. Es wurden prächtige gotische Kirchen, Rathäuser und Adelshäuser errichtet. Die Stadt wurde zu einem Zentrum von Kultur und Bildung. Im 14. Jahrhundert wurde in Bremen eine Universität gegründet, die zu den renommiertesten in Europa gehörte. Doch auch die größten Reiche halten nicht ewig. Mit dem Niedergang der Hanse im 16. Jahrhundert begann auch Bremen schwere Zeiten zu erleben. Der Dreißigjährige Krieg und andere Konflikte schwächten die Stadt erheblich, dennoch konnte sich Bremen wieder erholen. Im 19. Jahrhundert erlebte es einen neuen Aufschwung dank der Industrialisierung und des Baus eines Hafens. Vielen Dank an all unsere treuen Abonnenten und Follower für ihre anhaltende Gunst und Unterstützung. Nostalgische Einblicke in die Geschichte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020